Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, heute spielen wir mal, ihr seht es schon, Thoms Royale nochmal. Und ja. Diesmal spielen wir von Anfang an wieder Solo. Ich habe gestern auch mit meinem Cousin gezockt natürlich. Jetzt bin ich, denke ich, hoffentlich wieder ein bisschen besser wie letzte Folge, aber wir werden es sehen. Und lasst gerne mal ein Like und ein Abo auf dem Kanal von meinem Kollegen da. Er heißt Japsaps, ich werde es euch jetzt einblenden. Und ja, lasst gerne mal ein Abo da, natürlich würde mich sehr freuen und Ihnen auch. Und ja, jetzt springen wir einfach mal raus. Oh mein Gott, die haben wir beide. Oh ja, hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut, meine Freunde. Warte, wir schauen noch nach Mini-Schildern. Komm schon. Ne, auch noch. Okay, wir trinken jetzt lieber schnell. Ich glaube, da war ein Gegner. Oder da sind noch Gegner vielleicht. Okay, wo seid ihr Gegner? Los kommt er. Oder aber eher hier, ich brauche Bandagen oder irgendwas. Ich habe so wenig Leben. Habe ich genommen von mir da rein. Oh, hier ist eine Kiste. Noch eine. Ja man, Mad Kid. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, die Zone. Die Zone. Fuck. Warum zieht das Schild ab? Okay. Habe ich auch noch nie gesehen, dass das Schild abzieht. Aber das Leben abziehen, da wäre ich jetzt tot. Okay, dann looten wir jetzt hier noch. Oh, wo ich noch mit geht. Oh. Das ist mir auch nichts. Komisch. Da ist auch nichts. Die Zone. Schnell, die Zone. Okay, okay. das leben noch sieben gegner das können wir schaffen hier wurde auch noch nicht gelootet okay ne p90 noch mit geht okay noch fünf gegner okay so und kommt doch gleich wieder rpg ist viel besser mein gott noch drei gegner das könnte mein erster win werden mein gott wird aufzulegen und schild ja man das kann ich jetzt noch gewinnen noch zwei gegner nein er hat uns auseinander genommen hat 100 pro so wenig leben schade fordner pro probts gehen raus an dich als du siehst das ist sowieso nicht trotzdem die thema schade wirklich gedacht das wird mein erster holen egal dann spielen jetzt einfach meinen neuen modus 50 gegen 50 ok jeden moment drei sekunden noch zwei sekunden noch wir gehen natürlich daraus wo unsere team jetzt auch auf mein gott nur mit geht und das sind gegner mein gott wie es legt ist und so viele gegner komm schon tötet sie alle instan drückt okay schade eine hunde geht aber noch wird so gut neun angegner weg hier ja ich hab die mega kohle war für den und er nimmt mir die moni weg ungelootetes haus na schön in tommy gar er hat mich so gut getroffen ja mann wir haben sie ich soll mich mal lassen ich hab kein leben ok komm wo seid ihr ich musste nachladen 50 50 gefällt mir irgendwie nicht so ich weiß ja auch nicht aber machen gut wenn es euch gefallen hat dann noch gerne mal ein daumen nach oben da und wie gesagt es würde mich mehr freuen wenn ihr meinen kollegen jobs abonnieren würdet ja ich würde uns beide unterstützen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja alles gerne ein like und ein abo da und ja bis morgen ciao